Union, es startet in die neue Zweitligasaison, herzlich willkommen an der alten Fürsterei. Die Bedingungen sind herrlich. Froh ist die Erdings auch parat. Und der macht es auch und wie, und wie 1 zu 0! Leute, Leute! Und dann tritt Groß diesen perfekten Freistoß fast genau in den Knick. Junge, Junge, Junge! In England heißt so ein Tor Screamer. Und das hat was mit Scream, Schreien zu tun, denn das ist ein Hammer-Tor. Ein unglaubliches Freistoß-Tor.